Okay, das sieht jetzt für den Anfang nicht so kompliziert aus. Ich schieb dich da rein. Ich hole diese, wahrscheinlich brauche ich halt zwei Kisten. Das wird der Witz an der Geschichte sein. Ich schieb dich da hin. Dann flitze ich da rüber. Ja. Dann flitze ich da rüber. Geh da runter. Nimm dich mit. Ja, okay, ich brauche natürlich die andere, ist klar. Hol mir aber erstmal den Schlüssel. Und überlege mir mal, kann ich da noch was reißen? Nö, kann ich nicht. So. Kann ich irgendwie sagen, Restored Level? Ja, bitte. So. Und der bleibt da. Dann nehme ich den. Dann gehen wir erstmal auf Himmelblau. Dann können wir nämlich den hier nehmen. Und hier rüberschieben. Wie gesagt, das ist jetzt, glaube ich, nicht so kompliziert. Gehen wir auf Lila. Also Rosa. So, ich bin gerade ein bisschen wieder indisponiert. Ich bin schon wieder auf der Suche nach einer kleinen Auszeit. Das machen wir aber gleich, nachdem wir den Level geschafft haben. So. Super. Und dann ist hier auch schon der nächste Level. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ciao. So, da sind wir auch schon wieder. Und gehen jetzt durch diese Tür. Oh Gott, ich hasse so Timing-Sachen. Habe ich euch das schon mal erzählt? Also. Gelb. Okay, warte mal. Gelb. Dann Lila. Falsch, das wäre blau gewesen. Also, gelb, blau, lila. Gelb. Blau. Okay, ich kann den Sofa zögern. Lila. Okay, wir fangen mit gelb an. Gelb. Blau. Lila. Okay, also wir müssen quasi den richtigen Augenblick abpassen. Indem wir eben wechseln. Blau. Zack, zack, zack. Gelb. Gelb. Und rüber. Und dann haben wir hier orange. rosa. Rosa. Ah, rot. Gelb. Ah. Gelb. blau. 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 Gelb. Blau. 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 Ah, okay, die Idee war gar nicht blöd. Die Idee war gar nicht blöd, man muss es nur richtig machen. Naja, fast. Aber das lief vorher echt gut. Ich hätte nur runterlaufen müssen, nicht runterspringen. Dumm, Zirkis. Autsch. Okay, ich muss aufpassen, wann ich springe. Vorher war ich ein bisschen in Panik, weil es ganz knapp war, quasi. So, zack, zack. Aua. Okay, ja, das darf ich natürlich auch nicht machen. Okay, nochmal, zack. So, wir warten auf dich. Dann kommst du zurück. Dann hier. Bin ich rüber? Ne, bin ich nicht. Dann müsste ich mir vielleicht nochmal angucken, wie ich das genau gemacht habe. Aber eigentlich habe ich da gar nicht so übertrieben viel gemacht. Okay, ich weiß gerade nicht, was da anders war jetzt. Ich gehe eigentlich schon davon aus, dass der Rhythmus... Ich gehe eigentlich schon davon aus, dass der Rhythmus immer der gleiche ist. Ach, wahrscheinlich muss ich direkt hochspringen, ne? Wahrscheinlich habe ich genau das gemacht. Oder ich muss wirklich ein bisschen in Panik darüber. So. Super. Blau ist es. Ja, ich war gerade mit Rot darüber. Und wahrscheinlich muss ich da gar nicht. Wahrscheinlich muss ich das gar nicht. Ja, jetzt kommt wieder der spannende Moment, wo der Frosch ins Wasser springt. Naja. Ist immer das Gleiche. Okay, eigentlich kann ich den auch lassen. Denn da unten, den brauche ich eigentlich gar nicht. Den muss ich gar nicht umschalten. Ah, ich bin gegen die Kante gesprungen. Das ist der Clou. Ah, meine Fresse. Also, äh... Die Sache mit seinen Reflexen ist manchmal echt doof. Okay. So. Geht's da rüber. Wir kommen da hin. So, und dann würde ich da sagen, hier mal Rot weg. Hm. 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 Nee. Aber so. Machen wir den Chakis weg. Dann können wir nämlich hier Pause auf der Leiter machen. Können wir nicht. Äh, das war mir klar, als ich reingesprungen bin. Ich weiß nicht, warum ich trotzdem reingesprungen bin eigentlich. Äh, manchmal hat man so komische Anwandlungen. So. Also, der Abschnitt, das sollte gehen. Jetzt sind wir hier. Wo ist denn Rot? Rot ist da. Blau ist da. Rot ist da. Und weg. Wir können es mal probieren. Lass mal hier sagen. Hüpfen wir hier drauf. Dann kommt Lila. Dann kommt Rot. Äh, Rot war wieder die falsche Seite. Ich habe noch nicht wirklich eine Strategie, muss ich sagen. Ich habe noch nicht wirklich eine Strategie. Ich stelle nur fest. Wenn das Ding jeweils oben oder unten ist, kommen diese. Ich hätte hier gerne eine Plattform. Kann ich eigentlich nach links oder nach rechts schauen? Ne, kann ich nicht. Also, was ich gerne hätte, wäre ja eine Plattform. So, jetzt ist Rot weg. Aber jetzt kann ich ja gar nichts machen. Insbesondere kann ich von oben nicht springen, weil ich dann voll in die Blauen reinrausche. Wir können das ja mal so probieren. Jetzt. Oh Mann, ne. Okay, jetzt sind wir bei Blau. Dann kann man hier hoch. Okay, wir würden dann mal hier hingehen. Dann würden wir wieder zurück auf... Okay, der soll die klappen. Wie schaut es mit Orange aus? Okay. Dann sagen wir hier Orange. Dann sagen wir hier den da. Dann sagen wir hier Blau. Dann sagen wir hier Rot. Nein. Nein. Warum war... Nein. Nein. Ich möchte es nicht nochmal machen. Aua. Okay. Also, wir wissen zumindest, wie es prinzipiell geht. So, das heißt, was war denn das jetzt eigentlich? Rot haben wir doch. Ach, nee. Ach, wir haben unten ausge... Ach, ich hab ja nicht... Ähm, 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 dabei. Okay, also, nochmal. Kriegen wir hin. Ist ja nichts Problem. Es ist bloß halt, äh, Technik. Man muss halt rausfinden, wie die Mechanik funktioniert und die dann lernen und dann geht es alles. Aber, ah, Jungs.